Ach komm, da weiß wieder mehr als alle anderen. Everyone, quiet down! Is everyone alright? Everyone's okay. Strict students went to track the pirates. I don't think the pirates were here for us. Then, why did pirates even come here? Listen, all of you, we have no time for this. My readings show that the pirates are heading toward the capital. They're going to attack the advent. Yes, we need to warn the city, and quickly. The pirate ships are slow, but they have a head start on us. In that case, there's no choice, professor. We'll have to use the Owl Temple as a defense mechanism. Ah yes, the Owl Temple has been blowing the islands in the area apart for decades. If we deactivate the wind generators, the islands will close in on the pirates and crash them. Or so I think. So perhaps the ancient Owls can help us protect Advent. Otus! You will go to the Owl Temple. The professor and I need to go directly to Advent to warn them. And no one else here can fly. But does Otus know his way around the temple? That's right, I should join him as you. Alright. But we won't, Otus. If you disappoint me again, there will be serious consequences. You put our village in danger by leaving your post today. Do not do it again. Otus, Gidi, professor, get ready to leave. Get to the Owl Temple as quickly as you can. Don't disappoint me, Otus. God! Open the gates. Der kleine Professor. Finally the gate is open. Let's get out of here, Otus. Okay. Okay. Dann auf zum Eulentempel. Um die Hauptstadt zu verteidigen. Ist das das Piratenschiff? Das dürfte dann wahrscheinlich der Piratenkapitän sein. Und das Relikt, das sie gefunden haben. Was auch immer das sein mag. Äh. Ja. Jetzt mein Herr teleportieren. Der wieder irgendwo rumlungert. Oh, es sieht aber einladend aus hier. Ist hier auch irgendwas, oder? Eine Aussichtsplattform. Okay, Otus. Wir sind in Tropos. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, denke ich, dass der alten Tempel hier oben ist. Let's investigate ein bisschen. Hoffentlich, wir finden die Entrance. Willkommen in Tropos. Bucaneros Shop, straight up. Okay, schauen wir mal in den Shop. Weil, wir haben hier einige Münzen. Ah. Gott. Entschuldigung. Passiert nicht wieder. Irgendwer schießt da noch. Kannst du mal treffen? Danke. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir ja auch direkt den Tempel. Ohne es zu wollen. Ah, das könnte was sein. Gehen wir kurz hier ein bisschen her. Wenn's das ist, dann müssen wir es noch irgendwie öffnen. Okay. Schauen wir uns mal noch ein bisschen. Das ist ja doch eine größere Welt. Als man auf den ersten Blick denken mag. Da ist noch eine Kiste. Nein. So. Äh. Ah. Ah. Geld, 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 Geld. Was ist das hier? Sieht mir so aus, als könnte man hier was machen. Aber anscheinend nicht. Einfach mal verpuffen. Ah, Bokanero Coin Overview. Valley Cave 216 von 300. Valley 201 von 300. Tropo 36 von 600. Okay. Nein. Du kannst du... Hahaha. Hahaha. Ah, einfach runtergeschmissen. Hahaha. Ja. Nett. WELCOME FIRSTTIMER! Mein Name ist Bokaneri. Das ist mein Legendary Adventure Emporium. Und boi, do I have a challenge for you. I find all my Bokaneri Coins. You won't find any of my coins out there, bring them with you. The more you find, the more I let you select from my trinket collection. I've been collecting trinkets for a long time. Hehe. Approach the counter when you're ready. Okay. Joly Gong. Ah. Okay. Das geht doch. So. Oh, and for every coupon ring you find, I give you three of my Bokaneri Coins. That you'll get started with BOOM. Now, let's check how many booty you brought. You've collected 400 ID Bokaneri Coins. That's not too shabby. In fact, I'll let you have your very first trinket. Hallo. 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 Well. Her? Where's the trinket? Which? Oh, gotcha. Forgot the trinket. Hehehe. Tada. Please, take it, sir. Well, what are you waiting for? Have a sip. Oh. Oh. Demensleister erhöht. Yeah, it's got a kick to it. Uh, it will put some feathers on your chest. Now. Boom. Back to your shack. Yes, ma'am. Collect 500 Bokaneri for another surprise. Filter of soup, increase your maximum health. A dog head is so useless. It's nice, it's so nice, increase your maximum health. Hey, how are you doing today? I'm not allowed to talk to people. Aber straight? Da oben glitzert was. Hey, Hands of! Awww! Das glitters so schön. 會ıyen Fuß. Das ist auch so'n Spiel, wo es das anbietet. So, auf 100% so gehen mit Münste suchen etc. Dauern,stoße, wo die demonstrating ... So, 490 Schauen wir euch nur mal ein bisschen um Schießen ein paar Vögel ab, die nichts davor können Irgendwas Nee Auch wenn es so aussieht, okay Dann fliegen wir jetzt nochmal zu den Schaut die Gegnerallee, den bringt eigentlich eh nicht gut oder was Fliegen wir mal von hier aus Langsam nach oben Nein Ab Floating Continent, Down Valley Okay, der fliegende Continent ist da über uns Und da haben wir unsere letzten Münzen für das nächste Trinket Wir sind Alter, jetzt sind wir nicht jedes Mal So Wenn wir schon gerade hier sind, können wir das Taita auch holen Willkommen, let's toddy up your Puddy Excellent, and now for your surprise I remember the Trinket That's just amazing Now bring it to the nice adventure Just like we've discussed Yes ma'am Ouch Now Here Congratulations, it's an ugly green hat Well, you didn't expect to choose from the top shelf Just Didn't you? Heh That's my old hat It's got my name on it And nobody cares Go on little fellow, wear it with pride So freaking cool, wow You look incredibly stupid Hm, can't argue with that But we totally look like bros now Go go bros Bros No, not you Back to your shack now Okay ma'am Is das bescheuert Herrlich Ah, das gefällt mir So ein trockener Humor Zwischen reingeworfen Oh, das wird dunkel So, hier waren wir gerade die Kiste ausgraben Wenn ich jetzt Äh Mehr essen Leiste länger machen Okay Das heißt, hier durchs Wasser komme ich nicht durch Nope, okay Gut zu wissen Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen Ich brauche den eigentlich die ganze Zeit Und Wenn ich ihn brauche, kann ich ihn jederzeit zu mir holen Jetzt zum Beispiel Gar nicht da Nee Nein Meine Mütze Wo ist meine Mütze hin? Äh Ich hätte gern Meine Mütze erstattet Ich hab die einfach verloren jetzt Ah Gott Ich will meine Mütze wieder Hm, nope Doesn't look any better than last time Okay, ich muss aufhören mit der rechten Taste hinten noch zu drücken Wenn immer der auftaucht So Das heißt, die Typen sind wir schon mal nicht ganz geheuer Okay, Feuer Say, Otus Maybe we should get a little rest before we move on Bing Ja Hast du Speichern? Oder Oh man, Otus We finally got to leave And you'll get to see Advent soon Though this isn't how I imagined we'd get here If you want to I'll tell you a little about it Um, Advent Pirates The Owl Temple Go to sleep How about Advent Pirates The Owl Temple Go to sleep Advent And Pirates How about the Owl Temple Oh man, I really can't wait till you get to see Advent, Otus Their shops Their sites Their people There's so much to do in Advent And I think Asia is overreacting I mean All the pirates in the world couldn't get past Advent's defenses Even if they wanted to Haha This whole situation is overblown, Iskia If you ask me At least I'm happy we get to leave the village for a while You know That kinda feels like we're on an adventure Anything else you want me to tell you about? I don't know much about them, to be honest Mostly what I've heard of in rumors We had a few skimmishes against them when I was in the army in Advent I never saw numbers like we just saw in Valley, though Hmm But the pirates are so always retweeted as soon as we fired warning shots I'm sure we'll be fine Uh, und was haben wir noch? Owl Temple I guess you've never been there, huh? It's one of the oldest owl ruins that we know about Still, it's a surreal place And it's huge There must have been owls everywhere back in those days We'll have to get deep inside the temple to get to the control room It will be tough, but we can do it Okay Uh, go to sleep Good idea, I'm bashed Let's continue our journey tomorrow, shall we? We should get some rest Ja, erst mal schlafen Ah, jetzt sieht's wieder so rötlich Ah, bisher von der Optik und dem her Gefällt's mir gut Das scheint der Weg zum Eulen-Tempel zu sein Ah, das sieht gut aus Das sieht aus, als wären wir richtig Schlafen wir jetzt mal ein bisschen um Nein Andere Taste So, was haben wir denn hier? So ein unbesichtbares Ding Einfach vorsichtig sein, weil Nicht, was dagegen tun können wir ja nicht Außer Wollen wir Kann ich Nein Ah Ja Ja Ich will noch mal kurz Haha Haha